Hi Freunde und herzlich willkommen hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad-Bending-Challenge. Wir wollen uns heute um die 84 plus Spielerwahl SPC kümmern. Eine neue Player-Pick SPC, die am Start ist zum Headliner Team Nr. 2, was jetzt in der Woche natürlich in Packs drin ist. Wir wollen heute mindestens 10 Packs davon aufmachen, beziehungsweise 10 Player-Picks. Und ja, falls ihr meine Player-Pick-Geschichte sehen wollt, das ist ein Warcourt gewesen, Jungs, über 90er geratet, dann schaut euch das Video von gestern an, wo wir uns um Riyad Mahrez, um die SPC oder um Headliner Team Nr. 2 gekümmert haben. Checkt oben rechts auf dem i einmal ab, bevor wir reinstatten in das Video, könnt ihr gerne das Video supporten. Und zwar mit einem fetten Daumen nach oben, 300 Likes, schreibt mir rein, runter in die Kommentare, was habt ihr in euer Player-Pick SPC gehabt? Eine relativ genaigte SPC. Wir müssen einen Team of the Week abgeben, einen 83er gerateten Squad. Und einige haben gestern auch schon gefragt, wo findet man denn diese SPC und ganz einfach im Live-Segment, Jungs. Ihr müsst ganz nach hinten durch, weil sie sechs Tage verbleibend. Ja, und bei mir ist sie natürlich jetzt schon abgeschlossen, da ist sie seltene Spielerwahl, 84-Plus-Geschichte. Also, schreibt mir rein, was hattet ihr in eurem Set drinne. 86-Plus-Upgrade war ja auch schon relativ nice. Behaltet ihr vielleicht sogar das Pack zum Team of the Year auf? Ich bin gespannt. Schreibt es mir gerne rein in die Kommentare. Und ihr seht es, wir haben die 40.000 Abonnenten auch voll gemacht. Road to 50k ist am Start. Falls ihr eure Daily-Dosis an FIFA-Content, also nicht mehr verpassen wollt, dann holt es gerne nach. Aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, steigen wir rein in die ersten 84-Plus-Picks. Jungs, Daumen drücken, Hashtag Packluck mit der letzten Reihe runter in die Kommentare. Und dann hoffentlich der Headliner, der am Start ist. Sofern, let's go. Abfahrt die ersten Player-Picks. Abfahrt. So, Freunde. Und da haben wir die nächste Player-Pick-Geschichte am Start. Oh, Sterling. Zum Glück. Wir haben hier drei 84er mit Brozovic, Ilicic und Witsel. Und am Ende gönnt er dann doch noch, gönnt EA dann doch noch und zwar mit Sterling. Ich weiß jetzt nicht. Hier kannst du natürlich gerne wählen. Also Abfahrt. Wählt gerne Sterling. Wir gucken mal gerade, was wir da am Start haben. Sterling kostet noch. Was kostet der gute Mal noch? Ich habe absolut keine Ahnung. Sterling. Wählt er aus. und packt ihn rein in den Verein. Und da schaut er es gerade. Also Zitteln 15 und 60k. Kann man auf jeden Fall nicht meckern, Jungs. Die SPC selber ist bei knapp 30k. Und dann so, Freunde. Nächstes Set ist, oh, da ist direkt Headliner Team Nummer zwei. Es ist nur ein Inks. Aber nimm ihn auf jeden Fall mit. Er ist upgradbar. Und damit direkt, Jungs, direkt am Start ein Inks. Nicht der beste, in Anführungsstrichen. Wir können mal kurz gucken, was der gute Mann kostet. Aber 85er. Den nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Inks als 85er kostet aktuell. Ja, 80k auf der Xbox. 65k auf der Playstation. Headliner Team Nummer zwei hat nicht lange auf sich gewartet. Aus Team Nummer zwei. Drei schnelle Skills. Vier schnelle Weakfoot. Let's go. Rein in die Nächsten. Die gönnen anscheinend, Jungs. Sehr nice. So, Freunde. Nächste. Es ist am Start und wir haben Grimaldo, Isco, Pjanic und Piszi. Nicht das Beste. Und jetzt noch das mittlere Icon-Pack. Come on. Let's go. Blutrain Abfahrt. Come on, Jey. Bitte gönn. Icon-Pack. Frankreich. L.M. Wirst du damit zu reprieren mit einem Pires? Wäre nice, wenn es eine neue Ikone gewesen wäre, oder? Bist du zufrieden damit, Blutrain? Schreibt es kurz rein. Ja, er sagt, hm. Was meint ihr? Hätte besser sein können, denke ich. Ja, schreibt es Blutrain gerne rein. Runter in die Kommentare, Jungs. Und damit gehen wir rein in die die Nächsten 84-Plus-Packs oder beziehungsweise Player-Picks. Let's go. Und Abfahrt. So, Freunde. Da ist die Nächste 84-Plus-Geschichte am Start. Player-Pick. Abfahrt. Was gönnen sie? Den Nächsten Headliner. Uh, nice. Dybala und Aguero am Start. Er wählt Aguero. Viel Spaß damit. Viel Spaß mit dem Aguero, Jungs. 89er ist am Start. Und, äh, damit rein in die Nächste-Player-Pick-Geschichte. Abfahrt. Ach, du hast, äh, Food-Champions-Dinger. So, Freunde. Wir haben auch noch ein Food-Player-Pick-Geschichten am Start. Leihbaut Lukas Vazquez. Und Sucek, er entscheidet sich jetzt erstmal für Lukas Vazquez. Und was haben wir jetzt hier am Start? Na? Wo ist es gewesen? Wir haben es nicht mehr gesehen. Egal. Da ist das 84-Plus-Ding am Start. Mach's gerne auf. So, Freunde. Da ist das nächste. 84-Plus-Player-Pick. SBC-Pick in Anführungszeichen. Und das, glaube ich, ist jetzt das Schlechteste, Jungs. 3, 84-Gonten, 85-Munikus-Savic. Oh, 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 Jungs. Oh, oh, oh. Das geht besser. Rein in die Nächsten. Let's go. So, Freunde. Die nächste Spielerwahl ist am Start. 84-Plus-Geschichte. Come on. Was haben wir am Start? Let's go, EA. Was gönnst du? 84-Plus-Geschichte zum Headliner-Team. Nummer 2, Jungs. Und ihr könnt natürlich gerne rein runter in die Kommentare schreiben. Was habt ihr gezogen? Was habt ihr schönes gezogen? Schreibt es mal rein in die Kommentare. Und an dich, Alex. Mach's gerne auf, das Pack. So, da geht's auf. Perfekt. 84, 85. Grimaldo, Koke, Fernandinho und Thiago Silvia. Falls ihr mein 84-Plus-Spielerwahls-Head wählen sollt, Jungs. Ihr seht das im Video vorher, wo das Headliner-Team 2 rausgekommen ist. Also Freitagabend-Video, Jungs. Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und jetzt noch das Mega-Pack, was wir quasi hier noch mitnehmen. Mach gerne das Mega-Pack direkt auf, Alex. Let's go. Und dann gehen wir direkt rein in die nächsten. 84-Plus-Spielerwahl-Geschichte. Come on, let's go. So, Freunde. Da geht's auf. Das Mega-Pack. Und was haben wir drin? Was haben wir am Start? Ach, schade. Was haben wir hier? Komei-Bolli-Balladouris. Genau wie bei meinem Mega-Set. Schade. 75er Campus. Trotzdem nehmen wir mit. So, was haben wir noch am Start? Ne, das sieht tatsächlich schlechter als bei mir aus. Und damit gehen wir rein in den ersten 84-Plus-Packs. Let's go. So, Freunde. Der erste 84-Plus-Pack ist am Start. Uh, immerhin. Last but not least am Ende noch ein Kimmich, der da um die Ecke kommt. Nice. Also zwei Informs und einer davon. 91er geratet. Also vom Rating her sehr, sehr nice. Kimmich. Wenn du was mit anfangen kannst. Entweder, äh, ja, spielen. Oder natürlich sonst rein in den SBC ballern. Du weißt Bescheid. 91er Kimmich. Da können wir eigentlich mal gerade gucken, Jungs. Was kostet der gute Mann? Was kostet der gute Mann? Kimmich. So, Headliner, Current Team of the Week. Nach CR7-Jahr das nächste Rating. Und das sind saftige 370K auf beiden Konsolen, Playstation 4 und Xbox. Also das ist ordentlich, würde ich sagen. Nächster großer Pull. Mal gucken, was die nächsten noch gönnen. Let's go. So, Freunde. Nächstes 84-Plus-Player-Pick-SBC-Pack steht an. Italiano ist hier eingegeben. Yay. Laporte, Bürki und Godin. Ja, ihr nehmt natürlich Laporte mit. Und damit gehen wir rein. In Set Nummer 9. Let's go. So, Freunde. Nächstes 84-Plus-Spieler-Pick-SBC-Pack. Come on, ey. Bitte gönn auf jeden Fall. Nächstes 84-Plus-Pack. Was gönnt es jetzt? Wir sind gespannt. Ein Headliner aus Team Nummer 2. Haben wir schon gezogen. Was wird es jetzt hier? Come on, ey. Es ruckelt ein bisschen die Connection. Ihr wisst Bescheid. Der streamt über Twitch. Ja, moin. Wen nimmt er mit? Rimenes oder Koke auf Rating? Wer nimmt Koke? Alles klar. Und wir gehen rein in Pack Nummer 10. So, Freunde. Und da haben wir Pack Nummer 10. 84-Plus-Spieler-Wahl-SBC. Ihr könnt mir gerne, wie gesagt, reinschreiben. Was habt ihr in eurer Spielerwahl gehabt? Und da galt er auch wieder nicht. Gudin nimmt er wahrscheinlich mit. Wieder Rating. Ja. Und so kommen wir zur Richtung Ende des Videos. Mal gucken, ob noch das ein oder andere ansteht. Let's go. So, Freunde. Schäpi hat jetzt hier noch die ein oder anderen Sets vorbereitet. Ich weiß noch nicht, welche Sets er hier auf jeden Fall aufmacht. Aber das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Mit den 10 84-Plus-Spieler-Wahl-SBC-Backs. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, mein 84-Plus-Set seht ihr im gestrigen Video. Wo Marius auf dem Thumbnail ist und so weiter und so fort. Da ist auch mein 84-Plus-Spieler-Wahl-Set am Start. Und Schäpi kann sich hier auf jeden Fall nicht entscheiden. Entscheidet sich jetzt hier für so ein kleines Set. Und wir gucken einfach jetzt noch zum Ende des Videos, was er denn hier so schön sehen kann. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Die 10 Player-Picks. Falls ihr wieder solche Community-Upgrade-SBC-Packs-Videos sehen wollt mit Pack-Openings, dann lasst mich das gerne rein runter in den Kommentaren wissen. Zerstört den Like-Button, zeigt Support. Jungs, 300 Likes gibt es, wie gesagt, als Ziel raus. Und wenn ihr mehr Sets davon sehen wollt, ja, wie gesagt, da zeigt einfach Support. Und Schäpi sieht hier, glaube ich, gar nicht, dass sie tradable sind. Wechselt sie jetzt hier alle. Die kann er so alle auf die Transfer-Liste packen. Naja, gut. Er wechselt sie. Ja, und wie gesagt, zeigt einfach Support. Dann wird das Ganze auf jeden Fall öfter kommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, die nächsten Tage wird es weitergehen. Mit Upgrade-Sets. Ihr wisst Bescheid. Wir haben noch die 82 Plus Upgrade-SBC, die draußen ist. Da wollen wir mindestens 20 Sets aufmachen. Das ist wahrscheinlich dann das morgige Video. Und auch die 81 bis 87 Upgrade-SBC, die wir natürlich mal testen wollen. Da werden wir auch ein paar Sets am Start haben. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, einmal gerne die Glocke aktivieren. Und ja, damit würde ich sagen, auf jeden Fall nochmal ein fettes Dankeschön an euch. Wir haben die 40k jetzt voll gemacht. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt Support und dann wird ihr hier reingehauen. Bis heute Abend zum frischen 19 Uhr-Content. Mal gucken, was heute rauskommt, Jungs. Mal gucken, was heute rauskommt. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Mal gucken, was heute rauskommt. Vielen Dank.